Herzlich willkommen bei der Firma PGT, ihrem Vertriebspartner für Infrarotheizungen, Alarmanlagen und Haussteuerungssysteme. Sicherheit und behagliches Wohnen bedeuten hohe Lebensqualität. Unsere Infrarotheizungen erzeugen Wohlfühlwärme und sind Garant für behagliches Wohnen. Für die richtige Wahl der Heizung und des passenden Steuerungssystems bedarf es einer vorangehenden Analyse, die PGT direkt beim Kunden durchführt. Die große Auswahl an Infrarotpanelen mit zahlreichen Motiven erfüllt dabei auch die Designansprüche vieler Kunden. Die Bildheizungen können sogar individuell mit eigenen Motiven produziert werden. Smart Home Security-Lösungen mit zahlreichen Erweiterungsmöglichkeiten bieten Schutz für jedes Haus und erhöhen ihre Wohnqualität. Wir finden auch für Sie die optimale Sicherheitslösung. Sorgen auch Sie für eine erhöhte Lebensqualität mit PGT, Ihrem kompetenten Partner für Wärme, Sicherheit und moderne Haussteuerungssysteme.